Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema europaweiter Anlagebetrug. Kunden erleiden Millionen Schaden. Gemeinsam haben Ermittler von der Staatsanwaltschaft und von der Polizei in Braunschweig, Göttingen und Rostock ein Netzwerk von Online-Anlagebetrügern aufgehoben. Diverse Internetplattformen wurden gesperrt. Fast zwei Jahre lang dauerten die Ermittlungen zu dem gewerbsmäßigen Anlagebetrug über Internetplattformen. Bevor Ermittler in der vergangenen Woche europaweit zuschlugen, Mario Krause, Leiter des Fachkommissariats Cybercrime in Braunschweig, sprach auf einer Pressekonferenz der beteiligten Behörden von zehntausenden Opfern, die vermutlich mehrere hundert Millionen Euro verloren. Schätzungen zufolge sei durch die mehr als 170 Plattformen eines IT-Unternehmens aus der Ukraine ein Gesamtschaden von 500 Millionen Euro pro Jahr entstanden, sagte der leitende Ermittler aus Rostock, Martin Schmidke. Durch die Abschaltung der vermeintlichen Handelsplattformen seien mehrere zehntausend Anleger vor weiteren Schäden bewahrt worden. Grundsätzlich ist diese Masche hier nicht neu. Wir hören von, naja, diesen netten Betrügern hier am Telefon, ja meistens, dass es um Finanzbetrug geht. Allerdings ist hier ein ziemlich großer Schlag oder ein ziemlich großer Zuschlag erfolgreich gewesen. 170 Plattformen wurden vom Netz genommen, die alle zu einer Bande gehört haben. Es ist schon Wahnsinn. Da wundert man sich immer wieder, wie viele Telefonate hier auf diesem Kanal, alleine nur auf diesem Kanal hier eingehen. Und es gibt ja auch Telefonate, die eben nicht veröffentlicht werden, weil sie einfach zu kurz, zu blöd oder weiß ich nicht gewesen sind. Das heißt, das, was ihr hier auf dem Kanal hört, ist zwar der größte Teil, aber noch immer nicht komplett alles. Noch viel öfters klingelt auch das Telefon hier. Dadurch, dass ich mich eigentlich nur ein paar Mal angemeldet habe. Natürlich ist das hier auf diesem Kanal beabsichtigt. Und wir wollen ja, dass wir diese Anrufe bekommen. Und wir wissen auch, was dahinter steckt. Nur es gibt, wie man hier aus diesem Bericht wieder hört, viele, viele, viele Opfer, die es nicht wussten. Hilfe für Geschädigte über Hotline und LKA-Internetseite Bislang sei allein in Deutschland ein Vermögensschaden von etwa 15 Millionen Euro nachgewiesen, hieß es auf der Pressekonferenz. Für die Geschädigten hat die Polizei eine Telefonhotline eingerichtet. Über diese Hotline kann man letztendlich den Schaden anmelden. Weitere Hinweise erhaltet ihr auch über die Internetseite des Landeskriminalamts in Niedersachsen. Also ganz einfach unter der Adresse www.polizei-prevention.de Zur Not einfach mal googeln. Dort sind unter anderem die Plattformen des Netzwerks gelistet und alle zusammengefasst, die den Ermittlungsbehörden bislang als kriminell bekannt geworden sind. Geschädigte werden beim Anmelden informiert. Einigen Geschädigten, die sich in ihrem Benutzerkonto der betrügerischen Plattformen anmelden wollten, wird ein Sperrbanner angezeigt. Neben Informationen stehen für die Betroffenen geschädigten Formulare zum Download bereit. Also direkt, wenn man sich auf der Betrugsplattform anmeldet, poppt hier schon ein Banner auf, was euch darauf hinweist, dass diese Webseite hops genommen wurde. Wenn man sich einloggt, bekommt man einen Direktlink zur Polizei, wo man direkt seine Ansprüche geltend machen kann. Das Problem dabei ist natürlich immer, es kann sein, dass man nichts bekommt, da es sich hier um Firmen im Ausland handelt. Im Zweifel ist die Kohle weg. Aber probieren sollte man es auf jeden Fall. Die illegalen Plattformen warben mit Prominenten und haben hier unerlaubt Kunden gelockt. Im Fokus der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Göttingen stand nach Angaben von Staatsanwalt Manuel Recher ein Ermittlungsverfahren gegen das Unternehmen FX-Lida. Es habe den Handel mit binären Optionen als hochspekulativen Finanzderivaten vorgetäuscht. Das Unternehmen habe über Online-Anzeigen, in denen auch unbefugterweise mit Prominenten, wie beispielsweise Günther Jauch, geworben wurde, Kunden auf die eigene Webseite gelockt. Dort erstellten Kunden dann ein Profil und starteten in der Regel mit einer Investition von 250 Euro. Ein Finanzberater habe sie dann zu höheren Investitionen animiert. Eine Auszahlung der Investitionen erfolgte nie. Viele Kunden dürfen sich noch gar nicht darüber bewusst sein, dass sie getäuscht wurden. Personen der Führungsebene wurden ermittelt. Die mutmaßlichen Täter gingen arbeitsselig vor. Sehr, sehr arbeitsselig. Ein Teil sei für die Technik, ein anderer für die Kundenakquise und ein dritter für die Geldwäsche sei zuständig gewesen. Den Ermittlern sei es gelungen, Personen zu ermitteln, die der Führungsebene zuzuordnen sind. Die Spuren hätten nach Bulgarien, Zypern und in die Ukraine geführt. Dort schlugen die Einsatzkräfte aus Braunschweig, Göttingen und Rostock dann am vergangenen Mittwoch beim sogenannten Action Day zu. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren an der Aktion beteiligt. Unterstützt wurden sie von Europol, von Eurojust und Spezialkräften der jeweiligen Länder. Durchsucht wurden unter anderem Firmensitze, Anwaltskanzleien und Callcenter. Die Auswertungen der Beweismittel werden erheblich Zeit in Anspruch nehmen. Logisch, bei so vielen Webseiten. Schon Wahnsinn. Mutmaßlicher Hintermann auf Zypern festgenommen Die mutmaßlichen Täter seien auf frischer Tat erwischt worden, sagte Cybercrime-Fachbereichsleiter Krause. Ein mutmaßlich entscheidender Hintermann sei auf Zypern festgenommen worden. Inzwischen sei er nach einer Kautionszahlung aber wieder auf freiem Fuß. Die Ermittler gehen davon aus, dass für die Verschleierung der Finanzströme und die Bezahlung der Infrastruktur von FX Leader verantwortlich ist. Die deutschen Ermittler haben in Zypern die Auslieferung des Beschuldigten beantragt. In Bulgarien seien zwei Callcenter durchsucht worden. Durch schlagartiges Eindringen in die Gebäude hatten die Ermittler Zugriff auf unverschlüsselte Computer und Daten gehabt. Dabei seien aktiv Kundendatenbanken gefunden worden. IT-Unternehmen in der Ukraine als Schnittstelle Zeitgleich dazu fanden im Auftrag der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Rostock auch in der Ukraine Durchsuchungen statt. Die Ermittlungen konzentrierten sich laut dem Leiter der Kriminalpolizei-Inspektion in Rostock auf ein IT-Unternehmen, das in Verdacht steht, unterschiedliche Trading-Plattformen erstellt und betrieben zu haben. Laut dem Oberstaatsanwalt konnten mehr als 100 Plattformen ermittelt werden, abgeschaltet und entfernt. Das IT-Unternehmen stellt laut dem leitenden Ermittler eine Schnittstelle zwischen Auftraggeber, Callcenter-Betreiber und Geldwischesystem der Kriminellen dar. Allein durch eine Plattform des Unternehmens seien innerhalb von 14 Monaten weltweit ein Schaden von knapp 6,1 Millionen US-Dollar entstanden. In Deutschland seien knapp 1.000 Geschädigte ermittelt worden, die einen Schaden von 2,4 Millionen Euro ermittelt oder erlitten haben. Der Bericht passt nicht ganz zu dem, was ich hier schon mal auf dem Kanal hatte. Da hieß es, dass man viele, viele Millionen im Monat an Umsatz macht. Hier sind es jetzt 6 Millionen. Ja, innerhalb von einem Monat ist ein bisschen weniger als die Statistik, die wir schon mal hatten. Tja, hier streiten sich tatsächlich die Geister, was da jetzt die richtigen Zahlen sind. Ich kann es euch leider nicht sagen. Bei den verschiedenen News-Plattformen dazu gibt es tatsächlich immer mal wieder widersprüchliche Angaben. Anzeigen in Göttingen und Rostock Die weitreichenden Ermittlungen waren durch Anzeigen von geschädigten Anlegern aus dem Raum Göttingen und Rostock ins Rollen gekommen. Das Opfer aus Niedersachsen investierte nach Angaben von der Staatsanwaltschaft 250.000 Euro, bevor ihm der Betrug aufgefallen sei. Tja, warum zahlt man da 250.000 Euro ein? Wir kennen doch die Betrüger hier am Telefon und wie sie sich verhalten. Solch eine Summe dort zu investieren, ist schon hart. Natürlich waren wir jetzt nicht bei dem Gespräch dabei. Und es gibt auch sicherlich den ein oder anderen Trading-Betrüger, der schlauer ist als die, die wir hier am Telefon haben. Vielleicht sind sie auch einfach schlau genug, nicht bei einem Scan-Beta anzurufen und durchschauen das Ganze. Durch ein schnelles Einschreiten der Ermittlungsbehörden habe ein Teil des Geldes, oder hat es geschafft, ein Teil des Geldes zu sichern. Der Oberstaatsanwalt von Rostock ermahnte Anleger, sich genau über die Plattform zu informieren, bevor sie ihr Geld investieren und dort anlegen. Tja, das versuchen wir hier die ganze Zeit auf dem Kanal. Es ist schon Wahnsinn, dass die Menschen weiter ihr Geld dort einzahlen. Und dann ist es weg. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf eine oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert daher sehr gerne alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information aufs Handy, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke jetzt noch auf das letzte Video oder schau dir gerne noch die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.